Mein Name ist Thomas Joos. Ich möchte Ihnen in diesem Videotraining die Möglichkeiten des Windows Performance Toolkits für Windows 7, Windows 8 und 8.1 sowie für Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 in der Praxis vorstellen. Ich arbeite seit über 22 Jahren in der IT, in den letzten zehn davon als Autor von aktuell fast 60 Fachbüchern, darunter die offiziellen Handbücher für mehrere Windows Server Versionen bei Microsoft Press. Sie lernen in diesen Videos, wie Sie mit dem Windows Performance Toolkit Leistungsbremsen in Windows lösen und Windows optimieren können. Ich zeige Ihnen, wie Sie professionell die Leistungsdaten von Servern auslesen und zur Optimierung verwenden können. Hierzu habe ich für Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Tools im Performance Toolkit und deren Verwendung bei der Leistungsanalyse zusammengestellt. Sie lernen zum Beispiel, wie Sie den Bootvorgang von Windows messen und optimieren können. Auch Messungen und Analysen für Leistungseinbrüche der CPU, der Festplatten und des Arbeitsspeichers zeige ich Ihnen in den verschiedenen Videos. Sie sehen auch Anleitungen, wie Sie Serverdienste deutlich beschleunigen können. Freuen Sie sich darauf, Ihre PCs und Server mit dem Windows Performance Toolkit zu analysieren und zu optimieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Videotraining zum Windows Performance Toolkit.